und ach man vorne weißt du willkommen zur Partei Hörner Herr Lindt zusammen mit Memo Hallo ich hab einen großen Pain ist ein äh rin 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 ok du bist aber eine Frau und wir haben in der letzten Folge ja die Mission gemacht und äh da haben wir als Belohnung hier den Bauplan bekommen aber den haben wir gar nicht genommen und jetzt nehme ich den und du auch nimm ihn nimm ihn nimm ihn dir wo finde ich den denn? ne drück mal hab ihn ok und jetzt drück mal eh bei dem dann kannst du mit ihm reden ok ok und guck mal jetzt jetzt schleiche ich mich einfach hier rein warte ich kann ja nein auswählen ich mach ja mach einfach ja immer aber warte 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 der hier hat auch eine Mission für uns die können wir auch noch machen danach aber erstmal die Hauptmission ach so was ist unser ach so ja guck einfach unten rechts auf die Karte da gehen wir jetzt hin ok gut so immer schön der Karte nach ach ach alter alter hab ich mich erschrocken du böse 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 guck mal guck mal guck mal mann wenn ich sage lass ihn dann lass ihn doch oh du Arsch ich hasse dich lol ich hab'n lol ich hab'n Messingschlagring gimme den nö lol ich hab'n Schlagring geh lass mir doch er ist ein energy drink brauchst du den nö nö dann nehme ich ihn warte doch ich wollte eigentlich noch was anderes zeigen komm her komm du siehst doch du siehst doch den Ball hier ne komm her komm komm zurück wo bist du denn da bist du komm her was ich mal machen ja ich komm man kann damit Argumentiert, furchtbarúlt. Warte, warte, kicken. Ja, warte mal, geh wir weg. Irgendwas das hat ausgesprochen, ein Gangster! Das Meer ist das Tor für mich. Er schießt ein Tor! Nein, da ist er nicht der, ach guck, der ist drin! Guck jetzt, guck! ÄH? Du liegst da einfach! Ja, erstmal vergewaltig. schade warum bist du tot und ich mache leise ich habe angst warum bist du gestorben ich bin in wasser gegangen das ist mir auch mal passiert früher als ich mit dings gespielt haben mit maurice da bin ich auch einfach ins wasser gegangen da bin ich einfach durch die weggefallen gestorben ich dachte das wäre nur bei mir gewesen ich habe schon ein tor gemacht ja ich bin halt besser als du er liegt ein paar Wettbewerb ist das nicht okay ich bin bei allem der bessere ist allein sie jetzt kommen mit einem Schnautsche du blöd Mann vor es auf den Zocken aus dem Sonnen kommt alle herunter ich füge mich an den Mann ich fick dir so Arschler Ohau wie stark der links drin ist war da hier drin gibt es in sich die fetten Endböße und so Endböße jetzt so richtig ist er hier ein bisschen hier ist ein Energy Drink nimm dir den weil du hast schon viel Leben verloren denke ich mal ich habe ein Sammlerstück gefunden hier gab es irgendwo doch ein Messer hier drin oder nicht hier drin aber hier kann man erst nach einer Mission rein ich sehe sie verschwam mich und so das wenn du Alkohol getrunken hast ach lol hier ist einer drin hallo auch was zum Trinken ich verwecke ja hier drin ist ein Energy Drink hier sind zwei hier sind zwei Energy Drinks hier hallo Memo hier zwei trinkt die sind lecker und da drin ist auch noch einer das reicht schon auf jeden Fall weil wir nicht hin auch und Prozent wenn ihr euch auch so alle bestimmte schließlich auf und dann kriegen wir so ein Messer die sich ein Problem sein die genieße Mühlen und so irgendeiner ich werde mir das schnappen du blöd mann ich habe mir jetzt mein Messer repariert wo ist das jetzt ja wieder im Inventar ne da ist nix hä war hier nicht irgendwo ein Messer mal also ich kenne mich ein bisschen mit dem Spiel aus weil ich das wie gesagt schon mal ein bisschen mit einem Freund gespielt habe bis man halt zu diesem ah hier ist das Messer hinfälliges Tauchermesser ich nehme mich mal ich würde es auch das kriegt nur einer ich habe jetzt einen Schlagkrieg und ein Tauchermesser dann gib mir das Schlagkrieg ne ähm bis man halt bei diesem ich weiß nicht wo halt oh was das wo halt der erste Boss kommt bis dahin habe ich gespielt wo wo man bei dieser Station ist bei diesem bei diesem Krankenhaus oder sowas ne stimmt bei dem da wo der Rettungsschwimmer eigentlich sein soll also jetzt in real life ist in da keine Ahnung das hat so eine Garage und sowas ich werde ihr werdet sehen wir sollten jetzt mal zu müssen gehen ich habe Energy Drink hallo 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 so wie die Rennleiter die denken sich so oh mein Gott jetzt fick ich die dann rennen die so um zu wir gehen den einen Schlag dann sind die Töne h sind sie von der Dummzombie ist nein die werden nur schüttungen die das cool an dem Spiel ist die werden später viel stärker und so was da gibt es auch noch ganz andere Arten von Zombies also sowas wie eine Witch in Dead Eye in Left 4 Dead und ein Boomer und sowas also nicht das gleiche aber halt zu verschiedener Arten weißt du das ist so macht so viel damage mein Messer macht so viel der Meter spielte noch viel schwerer und vor der Kuss im Grunde die Kälte unterschätzt das nicht okay das Spiel wird noch richtig schwer das ist jetzt immer wir sind in der zweiten Mission Schlagring ist gleich kaputt mit zu dir noch ein bisschen der noch nie und vier sind noch oder dritt oder mit sechs dann sechst du wie er war das denn sie erinnert wird drin Snack und erinnert die Tatsache ich bin voll weil hier war viel drin die Erwartung was kann auch Jürgen los das war du nimmst gar nicht alles ich hab die Gott noch was genommen nimm immer alles mit was du siehst das dann wird zwar dein Inventar voll aber du kannst auch Sachen wegwerfen später wir sind da hier guck das meine ich hier sollen wir jetzt hin ey sag jetzt nicht dass wir jetzt schon zum Boss müssen guck hier das Haus meine ich hier hab ich aufgehört ich will die alle zu einem des killen ne Memo Memo pass auf du darfst jetzt kein Leben verschwinden guck mal wie viele da sind lass uns mal extrem Action machen alle mit Leben vollständig noch nicht rein noch nicht rein noch nicht rein guck da da war ich da war ich mehr war ich nicht jetzt geh weg da kommt gleich im Boss Pass auf ich mach auf nur mit Fäusten nein irgendwas wie schwer das jetzt gleich wird sicherlich nur mit Fäusten machen wir mit Fäusten aber hier nein Memo bitte lass es das wird jetzt gleich Ernst da können wir uns das nicht erlauben auf die Schöße auch scheiße in der Sturz wenn er sich denn es gibt mir den ich brauche alles weiter ich bin rot nicht nix aufmachen aber hier sind zwei energy drinks ich brauche noch ein noch ein brauche ich junge Fäuste machen mit dem mit Schönen Waffe nicht als mein Messer pass auf wenn wir das da aufmachen sollte der Boss kommen also war bei mir so wenn ich mich recht im Sinne ich brauche noch ein energy drink warte es sind jahri es sind und drin diese Leistungen ja ja hier war ich das jetzt mal hier habe ich aufgehört okay Memo anscheinend finde ich kann mehr sagt wie geht die voll bist du denn jetzt war noch Prozent Braut also geht um die vierte 1 wie viel für die Sitzel mehr zu werden du hast die vierte nur 1 ein sobald okay jetzt pass auf wenn wir das aufmachen kommt ein Boss die sich da aus der Schreibung wie ein Stirnacken da der er stehen siehst stehen das ist aber wirklich stehen das bist du wenn du ein zombie wirst ne ja alter ich hätte so schluss wenn ich sowas im real life sehen würde ich will mir das gar nicht vorstellen wo das auch der schlägt nicht richtig weg der macht eher so heftige angriffe wo der dich einfach einmal die gewählt ich mache es mit Freuzen gewählt nein nein hör auf aber ich bin nicht tot das wird schwer ach da ist noch ein anderer warte ich töt ach du schluss der geht mir richtig der Stirnacken sag ich dir warte ich töt mal den anderen zombie ich töt von den von den von den von den von ah scheiße ich habe nur noch einen halben ich habe auch eine okay wir müssen überlegen wie wir den töten warte ich glaube hier geht es ich habe ein energy drink oh mein gott ja ja der dreht sich noch ein energy drink hier ist noch ein energy drink ich komme sonst sterbe ich ach du scheiße komm her hier ist noch ein energy drink und hier ist ein richtig scheiße ich habe keine Waffe mehr ich habe keine Waffe mehr der ist richtig stark alter oh mein gott da kommt der Stirnacken der Stirnacken kommt der Stirnacken kommt ich töt den Stirnacken von hinten ich gebe ihn von hinten ich gebe den Stirnacken von hinten Stirnacken 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 der Stirnacken ist tot alter retten seinen Kopf komm der hast du dir so eine Mist geworden der war aber wirklich stark wir haben es mit Taktik gemacht du hast ihn abgelenkt da habe ich ihn von hinten gefickt mein Messer ist gleich kaputt hier drin sind ne weiter habe ich ja gar nicht gespielt oder doch ein bisschen weiter noch hier ist ein Zombie ja das ist nicht schlimm ich muss euch mit Fäusten kämpfen wenn wir keine Waffe finden wir brauchen beide unbedingt energy drinks oder Snacks oder sowas nein hier geht es nicht lang nehmen oh wie dunkel das hier ist du hast du bist du hast die Taschenlampe auf Tee ne hab ich auch gerade erst entdeckt wusstest du das noch nicht doch aber er hat mich dran gedacht ich töt gerade den Geher hier hier was wir bitte die Nächsten natürlich ja was ich herausgefunden habe Fäuste machen viel mehr damage als die meisten Maffen ich will einen Schlagmach 28 also mein Messer macht mehr als mal irgendwie irgendwas mit 50 glaube ich energy drink nice ich hab ein Buch gefunden hier hat Abschnitt 3 ja wie viel fehlt ihr noch ich bin voll okay dann lasst mir den Nächsten ich finde noch eins aber was sollen wir eigentlich hier machen kannst du Energie kaufen 5 Dollar oh wie billig wo hast du denn gekauft du bist doch voll ja ich hatte noch was jetzt könnte ich auch so ein energy drink vertragen hier mir da hier ist noch einer ich hätte einen da aber ich hab keinen Bock jetzt den aufzumachen ich nicht ich hab kaum noch was ich hab eigentlich gar nichts mehr zu trinken ich muss morgen unbedingt einkaufen tja äh was machen wir hier sind wir fertig warte mal hä was ist das mit der Mission denke ich schon weil es wäre dann warte 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 Mayday ah hier kann man seine Sachen reparieren genau das mache ich mein Tauchermesser repariere ich für 129 ich hab 542 ne lohnt sich finde ich nicht aber das Tauchermesser ist gut äh ich hab ein Messer aber wie kann ich das denn doch ich repariere mir das Tauchermesser ja mach ich ich hab jetzt ein Messer repariert aber ich hab das nicht im Inventar kennst du dich vielleicht damit aus ne ach hier öffnet die Luke Luke oh mein Gott es geht auf oh da vorne sind ganz viele Zombies ich will aber nicht mein Messer verschwenden ok dann machen wir es mit der Faust oh mein Gott du ist ein Neger infizierte Alter die sind die schlimmsten Mann die rasten richtig aus hey die sagt Zombie ne der uns beide grad angegriffen hat weißt schon der der dich so die Ecke gedrängt hat als den innerlich den getrunken hast als der Boss oder war der war irgendwie stärker als der Boss der war richtig so schnell ja und der hat richtig schnell geschlagen und der hat richtig viel ausgehalten der Stirnnacken hat ja nicht war ja nicht stark der hat ja nur halt viele Schläge hintereinander so gemacht hier nimm dir noch ein Energy ich bin voll hier hallo wo hinter dir hier Alter wie viel Energy du kannst gar nicht trinken alter hier ist noch einer brauchst du noch einen? ne ne ich bin voll komm musst du ja nicht mal pissen hier ist ein Stirnnacken hier ist ein Stirnnacken hier hab ich gespielt der ist aber oh ein Schockwort oh ich hab mich so erschrocken ich sag so der ist tot und auf einmal guck das meine ich mir das ist ein bisschen auch ein Horrorspiel ach du scheiß hab ich mich ja schon hier ist ein Sender das ist der aus dem Haus so die kommen jetzt hier hin das ist mein Hauptquartier soll er überspringen ne oh der hat den Mike Tyson Tattoo kann sein war los ja nimm mal euch ermüdendes Eigenbau Hackmesser oha das kriegen wir beide nimm dir das aber ich hab's nicht im Moment äh warte mal ich check das im Moment drück mal i und dann klick auf Inventar i und da hast du deine ganzen Sachen und da ist jetzt auch das ermüdende du trausch da ist jetzt auch das ermüdende Eigenbau Hackmesser und dann äh klickst du auf ausrüsten also auf auf ausrüsten warte ich bin grad ich bin grad bei Fähigkeiten und dann wo du das ausrüsten willst da da ich hab jetzt zum Beispiel scheiß jetzt erstmal auf Fähigkeiten wir können das gleich machen klick auf Inventar und mach das Hackmeister ja ausrüsten und dann kannst du das auswählen wo du das haben willst das kannst du auch mit allen so machen und hier kannst du auch so deine Sachen fallen lassen also verkaufen kannst du auch an manchen Stellen später und jetzt ich geh auch mal zu Fähigkeiten verfügbare Upgrades 3 ok ok ich geh jetzt auch mal zu Fähigkeiten rüber wieder aber wir können nur im Moment 3 warte mal stumpfe Waffen da wirds Raserei gemacht stumpfe Waffen sind nun effizienter und effektiver mach ich mal Störung Erhöht die Kraft und den Schaden überleben ja das ist auch wichtig und Raserei hast du jetzt ich hab Raserei gemacht ja ich hab alle alle 3 oben gemacht also diese alle 3 wie denn? ja wie viele Punkte hast du das steht rechts ähm ich hab ne da steht mir ne EP Nummer ja also ich hab null Punkte ja dann hast du keine mehr ja ich hatte 3 deshalb konnte ich alles kaufen und jetzt? äh weiß ich nicht Mission oha guck mal wie viele Ausrufezeichen hier unten sind müssen wir mit allen sprechen warte mal kurz können wir auch mit äh Leuten äh mit Leuten sag ich schon äh in unserem Moment haben wir Slots nachher haben das weiß ich nicht wie gesagt ich kenne das Spiel nicht äh lass uns mal die Hauptquest machen wir jetzt machen wir eine Nebenquest oder Hauptquest? lass mal ein paar Nebenquest machen aber lass uns jetzt erstmal einen Cut machen ok ja dann lass uns gleich die Nebenquest Aufsendung machen also Nebenquest Aufsendung da kriegt man 1000 EP äh bleib schon mal im Menü damit du gleich halt A drücken kannst also äh das war's mit der Folge war eigentlich eine coole Folge wir haben Boss besiegt und haben jetzt ein paar coole Sachen bekommen wenn es euch gefallen hat dann lasst die Bewertung da wenn ihr mehr so weit lasst dann abo da und wir sehen uns auf uns hier im nächsten Video wieder